warte noch mal noch mal ich stand scheiß auf der pedale liebe zuschauer heute muss ich mal wieder meine serie fortsetzen auf alle fall habe ich letzte woche oder so was von der woche ja ungefähr vor einer woche habe ich meine erste serie begonnen und zwar mich dieses das nennt dieses format ich versuche und heute möchte ich nämlich mal probieren downhill zu fahren hier wir sind schon auf meiner ich nenne es mal homespot daunnelstrecke und ich würde sagen bevor wir beginnen müssen wir erstmal die strecke wieder ordentlich aufbauen dass man alles ordentlich springen kann ich würde sagen sagen wir bauen einfach jetzt mal ein bisschen wieder die sprünge beziehungsweise die kurven auf viel spaß wir haben jetzt die strecke müssen ready gemacht aber bevor wir fahren muss sich das mit fahrmittel vorstellen jannis zeig noch das fahrrad das ist ein fahrrad der andere war das ganze youtube man hier hat das fahrrad ist von mir das dann auf jeden fall an mein papa ich würde jetzt instagram schotter geben dankeschön auf alle fälle an dich dass ich das fahrrad nehmen da auch ein bisschen gemungelt ob ich nehmen darf aber das ist ja ganz geil ich würde sagen wir machen erstmal ein paar cinematics vom fahrrad danke papa liebe zuschauer ich würde sagen ich mache die gopran helm und wir sehen uns dort so die zuschauer ich würde sagen wir starten gleich mit der ersten runde by the way ich bin die strecke noch nie im fully gefahren jannis ja jetzt kommt der große warte noch mal noch mal ich stelle ich würde sagen zweite runde für den heutigen tag und dann machen wir ein paar coolere aufnahmen jannis are you ready warte noch mal noch mal ich stand scheiße auf der pedale wenn die scheiße auf der pedale steht da da müssen wir anhalten guck mal das problem ist mein dad hier der hat sich pedalen da kann man mit denen mit den schuhen sich so einhaken dann noch eine normale seite wenn ich auf der schuhe einhackseite bin da lässt sich scheiße fahren oh ne die pedale hier für den ersten nehme ich mal weniger schwung jawoll ein bisschen gerippt jawoll der ist geil oh shit der letzte der letzte geht richtig kacke alter ihr habt ja jetzt gesehen wie es vom hembo drauf aussieht aber ich würde sagen wir machen es jetzt mal aus jannis deiner perspektive und filmen ein paar coole cinematic jetzt mal aus Ja, ja, ja. So liebe Zuschauer, das war's vom Video. Danke auf alle Fälle an Janis, der hier die ganze Zeit mitgemacht hat. Wie viele Stunden haben wir jetzt gefilmt? Für zweieinhalb Stunden filmen. Danke auf jeden Fall auch an dich Janis. Ja, kein Problem. Willst du einen kleinen Instagram-Shallout haben? Ja, mach eins rein. Wenn es dann haben, werde ich jetzt mal rund ein Janis, kann übelst gut Motorrad fahren. Auf alle Fälle, das war's vom Video, wenn es euch gefallen hat, das für ein Daumen nach oben dabei. Bei 300 Daumen nach oben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das Fahrrad, das ist, ich bin mal kurz drauf, es ist verhältnismäßig eigentlich viel zu groß für mich, deswegen ist es schwierig, irgendwie damit zu wippen oder so, weil BMX ist auch nur so klein, damit man damit besser Tricks machen kann. Das war's vom Video, 300 Daumen nach oben für die nächste Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Peace. Outro 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 Bis zum nächsten Mal.